resident evil 6 was kommt jetzt dann ist er also der wird ist sie sind anscheinend nicht allein die grünschnebel brauchen jetzt kann ich mich für die güte ihrer eltern revanchieren jetzt ist der richtige moment wie er fährt professionell mit dem boot der wachter schon ich bin doch so schlecht wenn du so gut wie du fährst sagt ich schwöre dir ja ja was nennt man ein zombie apokalypse er darf sich aufpassen trefft ihr auch einfach nicht wenn die art von den kettensägen zu gehen wir mal näher ran ok ok ich sehe gar nicht sind wir jetzt hier sind gar nicht bei mir in der nähe ja immer schön als stelle einsammeln wenn du nicht alles verpasst wenn ich darüber gehe da sind sie sehe da kommt sich mal mit denen den habe ich gerade abschossen den hast du da abgeschossen ja das hat sich hoffentlich habe ich zum letzten mal gesehen auch mal viele kippen ja nehmen ich habe kein platz mehr aber ich habe kein rotes finger weg von denen finger weg ach wer weiß was da nimmt das wasser gesprungen ja die springen alle ins wasser weiter jetzt bring uns rüber soll ich kann noch viel weiter da hat jemand noch nicht genug ich komme ich nicht jetzt gar nicht bewegen ja ich konnte mich auch grad nicht bewegen das war ziemlich seltsam so weiter geht's let's go punk 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 ich habe gar nicht gemerkt dass die irgendwie da war dass wir mit den beiden gespielt haben du hast sie gesehen ich habe ich habe die gesehen ich habe die gesehen ja aber ich habe ein grünes kraut zwei grüne kräuter drei grüne kräuter 16 tic-tacs ich habe 13 tic-tacs ich konnte mir gerade noch mal dreier grünes kraut machen ja habe ich auch gerade gemacht nero bringt uns rüber eigentlichkeit das spielverlust bei mir nein warum nein ich sehe du läufst du gegen die ganze gegen die wand da müssen wir rausgeflogen nein dann müssen wir das spiel beenden ja ja oh god wir sind wieder hier aber wir können wir können die szene überspringen jetzt kann ich mich für die eltern revanchieren da ähm jetzt ist der richtige moment ja äh hi leute willkommen zurück zu resident evil 6 master und der nero sind wieder voll back in business ja es gab tatsächlich eine kleine störung deswegen müssen wir tatsächlich diesen dieses ganze sektor dieses ganze stage nochmal machen also diesen besten checkpoint ihr wisst was ich meine kann man einfach hier durch rennen müssen wir die müssen wir denen helfen ja da unten können genau wenn ich einfach hier weiter schieß uns rüber wir fliegen ja 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 hier gab es nicht weiter 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 so klar ja ich habe das schon ich helfe euch hier ja ich hätte das ist so ein grünes kraut und ich kann es nicht mitnehmen ich kann mal von jetzt was ich wollte eine granate unterwerfen ich habe ihn Ok, er denkt so, wir tun da, schon mal toll. Äh, ja. Überspringen. Ich geh mal rein. Wollte ihn gerade anschießen. Jetzt sind wir glaube ich da, wo wir vorhin waren, ungefähr. Ja, ungefähr, ja. bestreiche Ich wusst' es. Du bist BAD GIRL. Ja. So, ne... Vana... Hörst du der Gegner? Alter! Was war das denn jetzt? Hast du deiner Grenade hin geworfen? Nee, ich hab gar nicht so. wenn man die kräuter zu verbunden ja jetzt hier geht es weiter und da bist du da bist du bist du bei papier ganz an der wand gelaufen hier oben wir schützen kollegen die frage ist vor was ich sehe nämlich gar nichts noch mal herr leute immer schneller machen dankeschön ja das geht besser besten dank sehr gut besten dank besten dank diese dinge sind ziemlich zäh ja ganz gericht in die fresse noch einmal nach morgen ja jetzt was ist jetzt los verloren gegangen ist bahn nein ich habe immer noch als mein charakter gespielt du hast dich nicht bewegt ich bin jetzt im menü ich habe wieder geträumt der kontrollpunkt wird jetzt wieder hier anfangen ja ich will es hoffen so wird jetzt nicht so weit wie da weg bitte bitte nicht naja nicht schon wieder nicht für die güte ihrer eltern der richtige moment ich habe keinen bock mehr hier ist jetzt schon nicht mehr immer einfach durch was mal ein bisschen los mein gott ja dazu bist es die kräuter ja ich bekomme die kräuter war an der selben stelle da hinten ich auch ja und wie lange hat jetzt allein ja ja das steht aber treu kommen das war eigentlich von hier ja das war die erledigen wir sind noch gar nicht hier aber weil wir so schnell schon hier durch die ganzen kennen wegen tipps noch gar nicht gespart da ist er ja da hat er nicht mehr platz da war die kräfte mit granaten genau da habe ich mir auch gedacht habe ich wieder platz zack wer ist das und das und das und das und das ich bin die ganze exklusiven auf den schieden was da nicht wie lange passen weiter machen und lauf 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 hohe decor normal die wenn ich da muss ich vielleicht ein bisschen weiter spielen müssen wie einer kontrolle gut haben ja ja heute kombinieren der gegner ja nicht aufhalten lassen weiter 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 so sind wir hier bewegt mich jetzt auch mal die ganze zeit und wirklich auch mal lieber ja ich glaube ich jetzt die schwingen ja oder ich jetzt so schlechter moment ja lust zu sein so richtig ganz macht doch hin ich sage kannst du halt wenn es wirklich jetzt nicht klappen sollte ja spielst du einfach das kippt zu ende soweit es ist irgendwie so ausgewiegen kontrollpunkt sobald wir auf diesem wasser im wasserpark hier weg sind kann man versuchen das war da unten ist ja welche ganze ja er so ja ich muss nachladen bewegt sich noch mal noch ein bisschen nein es läuft die katzen ja die katzen habe ich auch bei mir gesehen ja jetzt sehe ich auch die katz ich habe bisher eingespielt da kann kontrollpunkt ok ok kontrollpunkt sehe ich bei mir noch nicht aber jetzt jetzt ist der kontrolle noch einer das ist der selbe ich glaube da hätte sie genau das sind da hat sie das war das was ich gesehen habe da war ich derjenige der rettet wurde ja das ist das bin ich ich rate zu erhöhter wachsamkeit damit es ist kris redfield bis später ihr zwei so kontrollpunkt da wird ja wohl an darunter stellen da ist auch auf klar von der sichersteller für irgendwann ein kontrollpunkt sind und irgendwie sicherlich wird ja womit wir nicht wieder dieses ganze level hier spielen müssen ja ja aber durch da ist das ja alles zurecht nein da war es ganz böse schon wieder gesehen inwiefern warte moment ich kann ja gar nicht fahren ich kann mich gar nicht interagieren damit fahren das kann doch nicht wahr sein dafür haben wir zwei dreimal versucht normalerweise ja wollen die mich auf den arm nehmen weiter weiter ok weiter ich möchte das spiel doch heute abschließen das ist das ist das ist Bis zum nächsten Mal.